Gegen Hamburg ist immer schwer zu spielen im richtigen Leben und ich glaube an der Playstation genauso. Ich glaube die Jungs sind bereit, sind auch heiß und wir werden mal gucken wie sie rauskommen. Wir spielen geradeaus nach vorne, hauen die Dinger rein und gut ist. Was ist denn jetzt los? Ja, unter Druck ein bisschen mal. Hier, guck doch mal! Gar kein Problem! Zack! Der ist ohne Scheiß, der ist wie im richtigen Leben hier, dieser Torwart. So, jetzt fängt man an was sehen hier. Jaaa! Erste gute Aktion. Oh sorry! Nein, aber das ist gut. Oh! Das war auch voll. Ne! Das war auch ein Paul. Das war so klar. Das war kein Paul, der war leicht weggeschoben. Der ist geflogen, drei Meter. Schubi! Schubi, Schubi, du! Du schießt schon wieder. Nee, 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 nee! Die Stocherdinger, ey! Ach, Fischer, Verteidiger, hä? Komm, jetzt machen wir mal Unterzeit vor. Oh! Oh! Da ist es! Ein Laser da! Jetzt mach's, ey! Das ist deins! Wir müssen mal gleich hier. Ja! Oh ja! Alles klar! Das ist nicht anders, hä? Komm! 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 Was machst du? Jawohl! Was macht denn der? Glückwunsch uns! Oh! Was machst du? Guck mal hier! Ich bin ja ein schöner Knick der jetzt auch. Äh, was soll ich da jetzt noch sagen? Also, mein Kollege hier hat den ein Ding aufsammiert. Ich habe auch alle drei Tore geschossen, das darfst du auch nicht vergessen. Super! Gute Leistung! Unser Kollege hier, dass er jetzt so geknickt ist, mein Gott, kann ich verstehen. Wir waren sehr gut in dem Spiel und bei uns ist das eigentlich ganz gut. Wir werden jetzt gleich mal was essen gehen, schön gemütlich und den Sieg genießen.